Jetzt müsst ihr wahnsinnig schnell sein, denn wir haben einige Highlights für euch reduziert, da sie leider das Sortiment verlassen werden. Ihr findet sie in der Rubrik aktuell, hier mit den Pfeilen gekennzeichnet. Da ist dann dieses Bild und dann scrollt ihr so langsam runter und seht alle angezeigt nacheinander. Unter anderem muss leider The Cleaner mit dem roten Ring das Sortiment verlassen, weil es den Produzenten nicht mehr gibt. Von dem mit dem gelben Ring konnten wir uns jetzt noch viele sichern, aber wie gesagt, von dem mit dem roten Ring haben wir nur noch begrenzt, deswegen schnell sein, betrifft genauso diese Bits, die ihr jetzt hier noch durchlaufen seht, sind alle von dem Produzenten und dementsprechend leider nicht mehr zu haben. Gleiches gilt für die Schablonen, auch der Fertiger ist nicht mehr am Markt, somit können wir die auch nicht mehr nachordern. Und die Tipps, die ihr hier seht, die Stiletto-Tipps mit Klebefläche seit über sieben Jahren Bestseller, sind leider auch nicht mehr verfügbar. Auch der Hersteller ist nicht mehr am Markt. Dieses Schätzchen geht aus dem Sortiment, weil die Farbe nicht mehr gewünscht ist. Da haben wir aber auch schon was Neues, was bald kommt. Und diese extrem deckenden Gehllacke solltet ihr nicht verpassen. Beim ersten Pinselstrich decken die. Da kommt eine neue Linie und deshalb müssen die auch. Da kommt ein bisschen mehr am Markt. Das hat die Karte. Untertitelung des ZDF, 2020